Vellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner Live. Willkommen bei Vellner Live. Wir starten mit dem Finanzminister Gernot Blümel, der ist uns jetzt aus dem Finanzministerium zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Minister. Grüß Gott. Herr Minister, es gibt viel Kritik derzeit an der Nicht-Anlieferung. Unterlieferung der Akten des Finanzministeriums. Nach einiger Zeit ist es dann doch passiert, vergangene Woche. Aber warum haben Sie das gemacht? Warum wurden diese Akten nicht gleich geliefert? Sie haben richtig gesagt, da hat es jetzt viel Diskussion in den letzten Tagen gegeben. Und deswegen darf ich vielleicht einleitend eine persönliche Bemerkung abgeben. Ich bin ein überzeugter Demokrat und Patriot. Ich bin angelobt auf die österreichische Bundesverfassung und ihr und ihren Institutionen zutiefst verpflichtet. Und wenn da in den letzten Tagen der mediale Eindruck dadurch entstanden ist, dass hier nicht ausreichend Respekt vor dem Rechtsstaat da wäre, dann tut mir das leid und dafür möchte ich mich entschuldigen, falls dieser Eindruck entstanden ist. Inhaltlich ist es mir lediglich darum gegangen, dass sich die legitimen, schutzwürdigen Interessen von hunderten Mitarbeitern im Finanzministerium, wo es um gesundheitsrelevante Daten geht, wo es um persönliche Daten geht, wo es zum Teil auch um Geschäftsgeheimnisse dritter geht, dass diese entsprechend geschützt werden müssen. Deswegen haben wir alle Möglichkeiten genutzt, um im Rahmen des Rechtsstaates das auch zu tun. Und das war es nicht mehr und nicht weniger. Sie haben das jetzt schon in der ersten Antwort eher ein bisschen vorweggenommen, aber renommierte Verfassungsexperten haben Ihnen ja so Verfassungsbruch vorgeworfen, die Opposition ebenfalls. Können Sie das nachvollziehen? Ich habe in den letzten Monaten gelernt, nicht alles allzu ernst zu nehmen, was die Opposition oft an Kritik vorbringt. Aber ich nehme generell die Debatte der letzten Tage sehr ernst und es tut mir leid, wenn hier ein falscher Eindruck entstanden ist, der einfach nicht der Realität entspricht. Wir haben lediglich versucht, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes schnell und so umzusetzen, dass gleichzeitig die anderen Rechte auch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ich habe bereits unmittelbar nach dem Erkenntnis des VfGH Anfang März den Anwalt der Republik, Wolfgang P. schon ersucht, mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss zusammenzutreten und zu definieren, welche Unterlagen man genau elektronisch liefern kann. Dem Angebot ist leider nicht näher getreten worden und deswegen ist es dann zur weiteren Rechtsmittelbeschreitung gekommen. Aber jetzt wurden ja alle Akten in Papierform geliefert. Die Opposition spricht von einem Sabotageakt. Sie wollen die Arbeit des U-Ausschusses verzögern beziehungsweise verhindern, dass diese Akten bearbeitet werden können im U-Ausschuss. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe von Beginn an im Finanzministerium den Auftrag gegeben, vollinhaltlich mit dem Untersuchungsausschuss zusammenzuarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir auch bereits bevor dieser Beweisantrag gekommen ist, hunderttausende Seiten und 20.000 elektronische Datensätze an den Untersuchungsausschuss von Seiten des Finanzministeriums geliefert. Wir haben jetzt den Schritt gewählt, dass wir gleich nach dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofs unmittelbar alle Daten sofort ins Parlament geliefert haben, um diesen Beschluss auch sofort Rechnung zu tragen. Das heißt aber, da war keine Zeit, hier auch die 70.000 Aktenseiten durchzugehen, unterschiedlich zu qualifizieren. Aber mein Angebot von Beginn des Märzes, das steht noch, dass es in einem gemeinsamen Prozess zwischen den Fraktionen im Untersuchungsausschuss und dem Anwalt der Republik auch eine Herabstufung von einzelnen Akten geben kann, wenn die eben nicht unter die Geheimhaltungsrelevanz fallen, wenn sie Untersuchungsgegenstand relevant sind. Aber es gibt weiterhin viele Daten, wie zum Beispiel Krankenstandsdaten, persönliche Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Geschäftsgeheimnisse Dritter. Die werden nach wie vor natürlich als Geheimhaltungsstufe 3 zu qualifizieren sein. Jetzt sagen Sie, da sind private Daten dabei, das sind aber anscheinend auch frei öffentlich zugängliche Daten wie Zeitungsartikel, Presse, Spiegel, OTS-Aussendungen. Warum wurden die als Geheimhaltungsstufe 3 qualifiziert? Das ist ja alles andere als geheim. An dem Beispiel, dass das bereits gesickert ist, sieht man, wie wichtig es ist, dass hier sensibel mit den rechten Dritter umgegangen wird. Denn erstens sind das Dinge, die offensichtlich ja nicht dem Untersuchungsgegenstand entsprechen und eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Das ist der erste Punkt. Zweitens haben wir gesagt, dass wir aufgrund der schnellen Umsetzung des VfGH-Beschlusses jetzt nicht mehr die Zeit gehabt haben, 70.000 Seiten unterschiedlich zu qualifizieren, sondern das jetzt gemeinsam auch mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss tun wollen. Dass aber bereits jetzt solche Schriftstücke, die bis dato als geheim qualifiziert waren, veröffentlicht worden sind, zeigt schon, wie wichtig es ist, hier mit den Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich sensibel umzugehen. Es kann nicht sein, dass ein ganzes Postfach angefragt wird von einer Führungskraft im Finanzministerium, die für den Personalbereich zuständig ist, wo sehr sensible Krankenstandsdaten, Krankheitsdaten, wo viele Familienschicksale auch abgebildet sind, einfach ohne Geheimhaltung an den Untersuchungsausschuss geliefert werden. Erstens, weil es höchstpersönlich relevant ist und zweitens, weil es mit dem Gegenstand nichts zu tun hat. Aber eine teilweise Herabstufung, da wären Sie bereit, darüber mit dem U-Ausschuss zu sprechen. Absolut. Das war ja auch schon ein Angebot, unmittelbar nach dem Erkenntnis des VfGH, wo ich den Wolfgang Peschon, den Präsidenten der Finanzprokuratur, ersucht habe, ein Vermittlungsverfahren gemeinsam mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss zu starten, wo dann herausgeklappt wird, welche Daten können schnell elektronisch geliefert werden, damit auch die Durchsicht leichter fällt, damit der Untersuchungsausschuss seine Arbeit tun kann. Und bei welchen Daten ist es offensichtlich, so, dass es hier um schutzwürdige Interessen von Mitarbeiterinnen des Finanzministeriums geht, die weiterhin als geheim qualifiziert werden müssen. Das heißt, Sie sind auch bereit, einen Teil der Akten elektronisch nachzuliefern? Verstehe ich das richtig? Die Akten sind alle bereits geliefert worden. Wir haben vollumfänglich das Erkenntnis und den Beschluss des VfGH umgesetzt. Die Akten sind bereits im Parlament in Papierform. Im Übrigen ist das nichts Ungewöhnliches. Das Finanzministerium hat bereits hunderttausende Seiten und 20.000 digitale Daten an das Parlament übermittelt. Und auch die Qualifizierung als Geheimhaltungsstufe 3 ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ich darf daran erinnern, dass die Justizministerin nach einem entsprechenden Erkenntnis des VfGH Teile des Ibiza-Videos mit der Stufe 4 qualifiziert hat. Und zwar jene Teile, die laut Aussagen von Journalisten eigentlich nicht mehr besonders öffentlich relevant sind und deswegen auch nicht veröffentlicht wurden. Auch da hat es eine gewisse Aufregung gegeben. Aber auch das ist nicht herabgestuft worden. Am Punkt gebracht, ja, das Angebot steht nach wie vor, hier gemeinsam mit dem Anwalt der Republik die Akten durchzugehen und sie auch herab zu qualifizieren, wenn sie eben Untersuchungsgegenstand relevant oder eben unbedenklich sind. Aber die Opposition meinte, es käme der ÖVP nicht ganz ungelegen, dass diese Akten jetzt in Papierform geliefert wurden, weil das einfach die Durchsicht extrem erschwert und dazu führen wird, dass bis zum Ende des U-Ausschusses am 15. Juli es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, all diese Akten zu sichten. Dieser Beigeschmack bleibt ja, muss man sagen. Das tut mir leid, wenn dieser Beigeschmack entsteht, aber das ist natürlich nicht die Absicht, denn wir haben die ganze Zeit voll inhaltlich mit dem Untersuchungsausschuss zusammengearbeitet und darüber hinaus ja viele Akten vorab geliefert. Das heißt, das ist mit Sicherheit nicht der Fall und ich war selbst auch zweimal zu Gast im Untersuchungsausschuss, habe versucht zur Aufklärung beizutragen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich aber sagen, dass ich dabei nicht den Eindruck gehabt habe, dass es da allen Abgeordneten ausschließlich um Aufklärung geht, sondern vielen auch um Skandalisierung und Vorverurteilung und deswegen habe ich auch als Ressortverantwortlicher dafür zu sorgen, dass die sensiblen Daten von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben das mit denen sorgsam umgegangen wird. Das war mir wichtig. Jetzt hat Alexander von der Bellen Sie ja auch persönlich anscheinend angerufen, als diese VfGH-Erkenntnis gekommen ist. Was hat er Ihnen da gesagt? Ich bin regelmäßig mit dem Bundespräsidenten in Kontakt in dieser und in anderen Fragen und klar ist natürlich, dass ich auch ihm gegenüber festgestellt habe, dass ich ein überzeugter Demokrat und Patriot bin und dass es mir leid tut, wenn mir in der Öffentlichkeit ein gegenteiliger Eindruck vermittelt worden ist. Das war weder die Absicht, noch halte ich es für gerechtfertigt, aber ich entschuldige mich, falls dieser Eindruck entstanden sein sollte. Aber war das ein unfreundlicher Anruf von Alexander von der Bellen? Man hört, er war nicht sehr amused. Er hat eine sehr wichtige und herausfordernde Verantwortung in der Republik als Bundespräsident und die nimmt aus meiner Sicht auch sehr verantwortungsvoll wahr. Jetzt im Nachhinein, war es ein Fehler, dass Sie die Akten nicht gleich geliefert haben, wenn Sie sich anschauen, was da alles sozusagen an Kritik und auch medialer Berichterstattung in den letzten Tagen über Sie und Ihr Ministerium hereingebrochen ist? Ich glaube, man wird zu Recht sagen können, dass man im Nachhinein immer gescheiter ist, aber wenn man im Vorhinein immer wüsste, wie Gerichtsverfahren oder Höchstentscheidungen ausgehen, das stimmt, dann bräuchte man nicht den Rechtsweg beschreiten. Es ist aber wichtig, dass hier auf die wirklich höchstpersönlichen Daten von hunderten Mitarbeitern, dass da ordentlich damit umgegangen wird, weil es hätte niemand Verständnis, wenn einzelne Gesundheitsdaten, Krankheitsfälle, lange Krankenstände, Urlaubsplanungen, wenn die einfach so, obwohl sie nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben, dass die einfach so übermittelt werden. Im Übrigen darf ich noch sagen, es geht hier nicht um meine Daten. Ich war zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht im Finanzministerium tätig. Das heißt, keines dieser E-Mails trägt mich als Sender oder Empfänger. Hier geht es ausschließlich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzministerium. Die Opposition fordert geschlossen Ihren Rücktritt. Schließen Sie denn aus? Ja, natürlich. Im Übrigen hat das die Opposition schon einige Male getan. Und ich glaube, bis auf den Martin Kocher und den Wolfgang Mückstein gibt es kein Regierungsmitglied, das nicht schon einen Misstrauensantrag bekommen hat im Parlament. Das ist das Recht der Opposition. Das ist doch in Ordnung so. Aber nicht allen fordernden Opposition muss man unmittelbar nachgeben. Würden Sie eigentlich im Falle einer Anklage zurücktreten? Welche Anklage? Wenn in den Verfahren gegen Sie, wo Sie als Beschuldigter geführt werden, Anklage erhoben wird? Bei diesem Verfahren weiß ich, dass nichts herauskommen kann, weil ich weiß, dass die vorgeworfenen Tatbestände falsch sind. Okay. Wie sind eigentlich diese permanenten Angriffe der Opposition für Sie? Das ist ja mittlerweile, sage ich mal, fast im Stundentakt, dass da irgendeine OTS-Aussendung oder ein Statement gegen Sie rausgeht. Ist das auch eine persönliche Belastung für Sie? Nun, ich würde mal sagen, als Spitzenpolitiker muss man das aushalten. Das ist Teil unseres demokratischen Gefüges. Wenn man eine Person öffentlichen Interesses ist, dass man sich auch mit Kritik auseinanderzusetzen hat. Ich differenziere hier sehr gern zwischen sachlicher Kritik und jener, die einfach nur pauschal von der Opposition kommt. Und mit der Zeit lernt man hier auch entsprechend zu differenzieren und das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber sehen Sie da noch sachliche Kritik gegen sich oder sind Sie der Meinung, dass das mittlerweile ein persönlicher Feldzug gegen Sie ist? Nein, so pauschal sehe ich das nicht. Es gibt immer wieder auch sachliche Kommentare. Und wir haben im ganzen letzten Jahr während der Corona-Pandemie auch immer darauf geachtet, die sachlich kundige Kritik, die an herangetragen worden ist, an Hilfsmaßnahmen, an die Wirtschaftshilfen, hier auch möglichst schnell zu analysieren und umzusetzen, wenn sie gerechtfertigt waren. Das hilft uns ja auch im Besserwerden bei den Umsetzungen von vielen Hilfen. Dort, wo es aber einfach pauschal und abwertend ist, lernt man es nicht zu ernst zu nehmen. Wie hart war denn dieses letzte Jahr für Sie? Weil es war, sage ich mal, das Corona-Jahr, wo Sie beruflich als Finanzminister ohnehin extrem gefordert waren und dann noch diese permanenten Angriffe und Rücktrittsaufforderungen der Opposition. Wie sehr hat das an Ihnen gezehrt, auch persönlich? Ja, da sind natürlich teilweise wirklich schwere Vorhaltungen dabei, die einfach falsch sind. Und das nimmt man sich natürlich auch zu Herzen. Das letzte Jahr war ein herausforderndes. Aber ich bin auch stolz darauf, dass wir das gemeinsam in der Bundesregierung so bewältigt haben, dass wir viele Arbeitsplätze in Österreich durch diese Corona-Krise hindurch gerettet haben. Dass wir es vielen Unternehmen ermöglicht haben, weiter ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten und jetzt zum Ende der Pandemie wieder aufsperren zu können. Und es hat ja auch viele schöne Seiten im letzten Jahr gegeben. Ich darf daran erinnern, dass ich zum ersten Mal Vater geworden bin und ein zweites Mal folgt im Oktober. Also es hat auch durchaus eine sehr positiven Seiten gehabt. Abschließend noch, Herr Minister, die Öffnungsschritte stehen vor der Tür. Am 19. Mai wird es weitreichende Öffnungen in Österreich geben. Was erwarten Sie sich da für eine Auswirkung auch auf die österreichische Wirtschaft? Ab wann rechnen Sie wieder mit Wachstum? Nun, wir sehen im Vergleich zu anderen Ländern, die in den letzten Wochen und Monaten härtere Schließungen gehabt haben, bereits einen markanten Unterschied. Nämlich, dass bei uns der Einbruch weniger hart war als zum Beispiel in Deutschland, wenn man die Vorquartale vergleicht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass eine weitere Öffnung natürlich weiter einen positiven Trend am Arbeitsmarkt und auch beim Wirtschaftswachstum verfestigen wird. Wir haben ja bereits im letzten Jahr gesehen, dass die Wirtschaft sehr schnell, sehr stark zurückkommen kann. Der Sommertourismus letztes Jahr war ein überdurchschnittliches Jahr in manchen Bereichen. Ich glaube, das kann es auch dieses Jahr werden. Und viele Menschen haben viel gespart während der Corona-Krise. Auch da glauben wir, dass es zu einem Entsparen kommen wird, dass mehr Geld in Umlauf gebracht wird und dass das auch einen nachhaltigen Turbo in der Wirtschaft bringen wird. Heißt das Wachstum schon ab dem zweiten Quartal oder dann ab dem dritten Quartal, also sprich ab dem zweiten Halbjahr? Genau, kann man das noch nicht differenzieren. Ich gehe aber davon aus, dass wir insgesamt für das Jahr 2021 doch ein solides Wachstum haben werden. Wir haben jetzt nochmals die Lockdown-Prognosen vom Wirtschaftsforschungsinstitut in die Abänderung des Budgets für 2021 eingearbeitet. Die sind noch sehr pessimistisch, bei rund 1,5 Prozent für 2021. Wenn wir die Gesundheitskrise in einigen Wochen und Monaten überwunden haben werden, dann glaube ich, gibt es ja auch Potenzial für ein stärkeres Wachstum im 21er Jahr. Und ganz zum Schluss noch, Herr Minister, im neuen Klimagesetz soll die Mineralölsteuer automatisch angehoben werden, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden. Wird das so kommen? Generell ist zu sagen, dass Klima- und Umweltschutz gerade der ÖVP seit Jahrzehnten ein wichtiges Anliegen ist. Ich darf daran erinnern, dass die ÖVP die Erfinderin der ökosozialen Marktwirtschaft ist. Und ich bin froh, dass wir das jetzt auch mit den Grünen in der Regierung umsetzen können. Worauf sich die Menschen in diesem Land aber auch verlassen können, ist, dass es hier zu keinen linksideologischen Umsetzungen von Fantasien kommen wird, die dem Mittelstand in Österreich das Leben verteuern oder verunmöglichen. Darauf werden wir achten. Aber die Wende in der Klimapolitik, die werden wir umsetzen, ohne dass der Mittelstand draufzahlen muss. Diese automatische Anhebung, wenn ich das richtig verstehe, die sind Sie skeptisch, der Mineralölsteuer? Die konkreten einzelnen Punkte werden erst diskutiert, über die kann man reden, wenn eine Vereinbarung da ist. Aber wir sind der Garant dafür, dass der hart arbeitende Mittelstand hier nicht unter die Räder kommt. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live.